Ah, gut, einmal daraufhin. Das ist ein geiles Song, Bruder. Früher, früher. Früher hat sie mich immer auf den Arm genommen. Durch sie habe ich überhaupt den Song geschrieben. Wie heißt sie nochmal? Carola. Hey Carola, ich brauche mehr Geld. Sag mal, Gunter, wenn du mir hier ... Das finde ich gut. Herr Gunter, hast du es gut gemacht? Wir müssen sie doch zu helfen wissen. Ja, also das ist natürlich ... Nein, auf die Zukunft. Die schön Vergangenheit. Vergangenheit auch, aber Zukunft. Heute ist es immer schön. Wir mussten schön ran. Wunderbar. Alle Mädchen ab 30, 7 Jahre am besten. Alle Mädchen ab 30, ganze 8 mit 18er Testen. Alle Mädchen ab ... Hast du heute Geburtstag? Ich habe heute Geburtstag, ja. Wie alt ist heute? 24? Ich bin noch erst 85. Und ein bisschen lachen. Sehr schön. Wunderbar. Wow. Ich bin noch 40 Jahre alt. Komm mal, ich bin noch 40 Jahre alt. Komm mal, ich bin noch 40 Jahre alt. Komm mal, noch mal für ein Foto. Komm mal. Mein Gott. Ob ich noch 85 Jahre alt ist, das ist eine große Frage im Auftrag. Komm mal, ich bin noch 80 Jahre alt. Komm mal, ich bin noch 81. Komm mal. Komm mal, ich bin noch 80 Jahre alt.